Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder ein bisschen Adopt Me. Die Aufnahme ist ganz spontan entstanden, weil Roblox Victor schon den ganzen Tag dabei ist, Geschenke zu öffnen, weil er unbedingt das Legendary Item haben will und er kriegt es einfach nicht. Deswegen gehe ich da jetzt mal rüber und kaufe mir auch ein paar von den Geschenken und hoffe einfach darauf, dass ich meins First Try bekomme, weil ich hab gar nicht so viele Bugs. Los geht's! Ey, ich hab's aber noch nicht bekommen, willst du mich verarschen? Ich mach jetzt eine auf. 16. Ich hab bei der Aufnahme, die ich gemacht habe, beim zweiten... Er hat's First Try bekommen! Oh mein Gott! Das ist doch ein Träum! Warte! Das war der ich, ich wollte das First Try bekommen! Ich hab's immer noch nicht! Roblox Felix, das war mein Job, ich hab dafür einfach die Aufnahme gestartet! Ich hab's immer noch nicht, ne? Victor hat einfach schon 300 Packs geöffnet, er kriegt's First Try, ich krieg's jetzt aber auch First Try. Ich hab Safe schon über 100 geöffnet! Ich hab Safe schon über 100 geöffnet! Oh, ne Putain, du... Immerhin die Alien Guns. Er bekommt's halt noch First Try! So, ich hab jetzt... Ich kann nur noch eins öffnen, also hier muss es drin sein. Das ist ein neistes Auto, ich mag das. Wisst ihr was? Komm, ich hol mein Shadow Dragon raus. Und dann fahre ich extra langsam an den Leuten vorbei. Mit offenem Fenster und aufgedrehtem Bass. Ich habe 116 Fossilex. Weißt du, wie viel Geld das ist los? Weißt du, wie viele Bugs das sind? Ein bisschen. Über 70.000. Ich bin so auf ihn los. Ich werd sogar auf diesem Akkord angetradet! Ich seh auch... Ich hab literally... Wieso werd ich angetradet? Ich hab nichts! Jeder wird angetradet. Ja, aber warum? Ich will nicht angetradet werden. Die traden mich dann an, packen irgendwie so ein Kack-Item rein, was ich nicht haben möchte. Am Ende lehne ich ab. Dann denken die so... Hahaha, lol. Ja, genau, so geht das ab. So ist das. Aber wozu mach ich jetzt ein Adopt-Me-Video? Es geht um Fuchs. Der sollte ein Adopt-Me-Video machen. Achso, ich soll der eins machen? Ja. Ja, du hast das Ding gezogen. Ja, aber das hätte ich auch nehmen müssen. Ja, aber warum hast du das nicht aufgenommen? Ich hab's aufgenommen. Also, du kannst ja gucken, was Leute für das, was du gezogen hast, was du mit Geschenk traden. Okay, Leute, dann schauen wir jetzt mal, was die Leute für den Schrott traden, den ich gezogen habe. Duda, trade, jetzt. Ja, auf Läpple. Trade, hab ich gesagt. Okay, du kriegst von mir jetzt das und das. Was krieg ich dafür? Ich krieg ein Pinguin. Ich will den Pinguin. Ich nehme an. Pinguin. Kriegst du wirklich ein Pinguin? Nee, hat abgelehnt. Schade. Das wär krass gewesen. Trade me if you have normal Uni. Ach, okay, die wollte mein Unicorn haben, das hinter mir herläuft. Hahaha. Ich hab heute aus dem Black Deck ein Unicorn geschoben. Trade mich. I hate Scammer. Warum ist du ha-ha los? Du Ehrenmann. Nollipo... Oh. Das geht niemandem was an. Duda, das und das. Was bietest du mir? Oh mein Gott, Leute. Er nimmt es wirklich an. Als ob. Das ist der Trade. Roblox Felix bietet mir einen Fly Ride Frost Dragon für meine Potato Shoe Toy und meinen Lime Slice Propeller. Da muss ich akzeptieren. Oh mein Gott. All's up. All's up. Ey, er trollt dich doch. Er trollt dich doch. Nee, das ist mein... Tschüss. Er trollt dich doch. Nee, nee. Tschüss. Ich hab mein Frost Dragon wieder. Flop, bitte, bitte. Frost Dragon wieder. Gerscammt. Oh mein Gott, Leute. Ich habe wirklich einen Fly Ride Frost Dragon. Okay, wo ist, äh, wo ist Roblox Felix? Ich stehe immer noch am gleichen Ort. Okay, ich komme. Wo ist er? Wo ist er? Hallo Roblox Felix. Halt ihn, Alter. Komm los, fliegt weg. Ich sag mal random und behilt ihn. Komm Anton, wir fliegen weg. Nö. Tschüss. Tschüss. Hahaha. Gerscammt. Gern mal gescammt. Hahaha. So ein Opfer. Ist so. Oh, warte, warte, dein Frost Dragon möchte campen. Dann gehen wir campen. Okay. Dann gehen wir campen. Okay, dann gehen wir campen. Ich komme mit. Warum fliegt man eigentlich so langsam? Das ist ein Riesendrache. Warum kann man nicht so cool? Wir sind bald fertig mit Zelt. Nee, wir sind nicht bald fertig mit Zelt. Ich bin ja gerade erst angekommen. Genau, mein Zauber schlafen. Wem gehört dieser schwarze Panther? Was will der von mir? Der sagt die ganze Zeit, Mr. Trader, help you a monkey, please, answer. Ich habe einen Monkey sogar, aber ich will den doch nicht ihm geben. Ey, Leute, was geht ab? Ey, Leute, was geht ab? Ja, Leute. Ich will auch hier. Ah, so genießt man's Leben. Nicht wahr, Leute? Ist so. Du sagst es, Hansi. Was beißt du denn jetzt schon? Dein Ding ist noch gar nicht fertig. Selber nicht fertig. Jetzt ist er fertig. Am Brennen. Anton hat Verbrennung in fünften Grades bekommen. Nein, ich will nicht. Nimm das da raus. Nimm das da raus oder ich lehne ab. Oh, dann muss ich annehmen. Ich weiß, du liest gerne. Ich lese sehr gerne. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann leistet ein Like da, schreibt es mir in die Kommentare und vergesst auch nicht, Roblox Felix zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017